Was war denn dein schönstes Erlebnis hier? Das schönste Erlebnis war, ein kleines, neugeborenes Baby zu waschen. Natürlich mit Hilfe, weil man es nicht alleine machen durfte. Das war jetzt ein bisschen heimliches Filmchen. Was ist denn die Sprachbarriere? Ziemlich groß, also man selber kann Englisch, doch können die Teils nur brüchig Englisch und halt wirklich nur einzeln umkabeln. Manche können ja kein Englisch, was ziemlich schade ist, aber trotzdem kann man kommunizieren mit Hand- und Fußbewegungen. Das schadet natürlich auch so ein bisschen an der Schrift, wenn man sich die so ankommt. Ja. Manchmal haben sie ja was in Englisch, aber meistens sie nicht. Ja, das Gute ist, dass die halt hier immer englische Erklärungen noch dazu haben, aber selber könnt ihr halt nicht verstehen. Ja.